Der 70er Mustang, Motor muss überholt werden, ist aber komplett. Hervorragendes Blech, egal wo, Scheibenbremsen, Bremskraftverstärker. Keinen Unfall erkennen können, meist noch im Erstlack. Hauptscharnier fehlt. Ein paar Bäume, Schrammen, steht seit 1992. Finita, da sind ein paar Blasen drunter, vielleicht das eine oder andere Pinhole wird rauskommen. Im Großen und Ganzen komplett, Kofferraumboden ist wie neu. Eine hervorragende Basis, sehr gutes Spaltmaß, Colorglas. Und noch die serienmäßige Innenausstattung, natürlich für Wohnen, aber alles da. Kein rüberlackierter Dorthec. Und noch ein paar Blasen, 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 noch ein paar Blasen.